Willkommen hier zu einem erneuten Video bei Let's Shadow, der Mann mit der Stimme ohne Bass. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal das Bedürfnis habt, einfach mal zu reden, also egal über was. Und ich wollte in diesem Video über meine alte Schulzeit reden. Jetzt nicht über die negativen Aspekte, aber jetzt einfach mal, was ich an dieser Schulzeit vermisse, besser gesagt. Moment, ich werde gerade von meinem Drogendealer angeschrieben. Moment. Okay, ich komme nächste Woche in den Knast. Ganz, 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 ganz früher war Minecraft ein gehyptes Game. Glaubt man wohl kaum, also ich finde zum Beispiel auch Fortnite gar nicht attraktiv. Also da kann ich mir ein ganzes Messer anal einführen und ich hätte mehr Spaß. Äh, ja. Der Punkt ist einfach, dass ich früher bin um 7.40 Uhr aufgestanden. Ich hatte einen 10-minütigen Schulweg, bin dann in die Schule gegangen. Dann hatte ich, glaube ich, schon um 13 Uhr aus meistens. Und dann bin ich wieder 10 Minuten nach Hause gelaufen und habe meinen Schulranz mit voller Wucht gegen die Wand. So, brrrr. Das Schöne an der Sache ist, ich habe dann meistens gezockt bis um 1.00 Uhr oder 0.00 Uhr. Also müsst ihr euch so vorstellen. Moment, ich muss kurz überlegen. 13 bis 20.00 Uhr. Ja, ich habe grob 12 Stunden Minecraft gespielt täglich. Und Videos gemacht. Ganz, ganz viele Videos, die bis heute noch sehr peinlich sind. Aber ich vermisse einfach die Zeit, einfach mal vom PC zu hocken, Minecraft zu spielen und nicht mehr an morgen zu denken. Also, heutzutage hat man das ja gar nicht. Ich gehe schlafen und weiß ganz genau, morgen wird mich die Arbeit penetrieren. Und danach gehe ich nach Hause und dann weiß ich ja echt nicht, was ich tun soll in den meisten Fällen. Und am Wochenende wird gesoffen, ficken, Hitler, Bananen. Denn, naja, ihr wisst schon, auf was ich hinaus möchte. Umso älter man wird, umso beschissener wird das Leben. Und ich habe Depressionen, ich gebe mich jetzt unbedingt. Tschüss.